Hallo, und da sind wir auch wieder, mit unserem schwarzen Freund, als Begleitung. Es sind wieder mehrere eingeschäumt. Wo are you, my friend? Ah, da. Hallo, ich bin Mechaniker. Okay. I don't have a gun. Please save me. I have just one gun. Okay. Also wie gesagt, manches verstehe ich, manches nicht. Ich darf mir natürlich nie was anwerken, dass ich jetzt nicht verstehe. Warum sollte ich denn auch? Gun, we have a gun. We have a gun. Thank you. Das kann ich natürlich mit Runden dran machen. Dot side. Run, run. Behind you, behind you, behind you. End of the area. Okay. I have a gun. Okay. 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 The map. The map. The map. Yes. Too bravo, farm. Farm war kein Englisch. Too bravo. natürlich können uns die anderen wenn wir hier so reden macht mir auf jeden fall spaß nachts um 1 oder 39 mit anderen okay behind up behind up Ja, da haben wir noch gepackt und auf Einfluss gesteht. Rentmen müssen gestorben. Okay, at your ride, the guy in the truck, okay, I don't see him, wait, okay, 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 Nice. Oh nein, bist du tot? Ja, ich bin tot. Okay, ich bin okay. Du bist gut an spielen. Danke. Ich bin ein guter Spieler, sagt er. Ich habe den anderen ja auch gut angehittet. Nur, wenn von der Seite einer kommt, dann wird es irgendwie so echt zwei Tüten. Vor allem mit so einem schlechten Tüten. Are you a Spanish guy or English? What, please? What? I don't understand. I don't... Oh, mein Name. No, I don't speak... I speak German. Where are you from? I am from Germany. Oh, okay, okay. Cool. Yes, thank you. Okay, get ready. Okay, get ready. Okay, get ready. Okay, get ready. Oh, hier gleich drei Tüten, drei Tüten, drei Tüten, drei Tüten, drei Tüten, drei Tüten. Gleich drei Tüten, gleich drei Tüten. Das ist die gleiche Arena mehr von vorhin, da sind noch mehr reingekommen. Ah. Ja, und das war natürlich gleich dumm von mir. Natürlich bin ich gleich als Erster gestorben. Kann ich nix machen. Es leben noch fünf Tüten. Englischen freund unterwegs. Also, ich mach mal die, das ist schon gut, auch wenn ich die Kostzeit wieder mag. Also, die, ich mach nur den Kost, also mit dem Kreuz mehr als mit dem Fall. Ich bin in der Bank, Banking. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Bank, aber nicht zu mir. Okay, ich habe eine Grizzly. Ich bin in der Bank, aber ich habe alles nicht genug. Okay, ich bin in der Bank. Okay. Oh, was ist dein Kost? So cool. Thank you. Es ist ein Grizzly. Es ist ein Grizzly. A Grizzly? Yes. Okay, es ist ein cool Kost. Thank you. Magazine ist für dich. Thank you. Magazine ist für dich. Okay. Okay. What? You have a Peacemaker. Yeah, thank you for the charge. Yeah, es ist für mich. No problem. Ja, es ist für dich. Your camo ist so cool. Ja, danke. Follow me. You have a Sniper and I have a good scope. Yeah, this is the best for this. Nice, thank you. Do you have a Ali's touch? Yeah. For you. Me, I love Sniper. Magazine. Can I have a side of all? Come on. Yes, come on. A scope. Can I have a scope? For my Sniper. Okay. Oh, thank you. Oh, sorry. Okay. No problem. Nein, 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 ich werde sterben. Nein, das ist ein guter Weg. Sorry. Hallo. Hallo. Sorry, geil. Ok, wir gehen auf den Bank. Ok? Ok. Das Spiel beginnt und wir gehen auf den Bank. Ok. Das hat der Typ bei Gott. Ich bin bei Gott. Der Typ ist auch bei der Farm. Ich bin bei Gott. Ich bin bei Gott. Ich bin bei Gott. Wer Além. Ich bin bei Gott. W 11. Mal mit 3. Ja, also das war schon mal wieder ein Leipzig, so in drei, vier, fünf, so, ich mochte den Ich werde jetzt vor meinem Kumpel fahren, im H-Modus geht es ja nicht, stimmt, ich dachte, jetzt könnte ich wieder im H-Modus fahren, wie ich es gerne mache, aber das geht halt nicht, ähm, ja. Hallo, mein Freund, who are you? Hallo, hello, we are just to, you can kill me, you can kill me. I can kill you? You are a good guy, I am. Thank you. Yeah. Bye. Bye. To stop, uh, but, uh, uh, maybe tomorrow, uh, we can play again, uh, with you. Okay? It's okay? Und was ist heute? Geil? Hallo. Geiles Junge, allerdings weiß ich nicht, was er da noch gemeint hat. Also, ich durfte ihn jetzt zweimal killen, wo wir alleine üblich waren, ich hätte nichts dagegen, wenn er nicht killt. Aber ich war, er hat, er hat mir erlaubt, ihn zu killen, ich hab nicht hinter dem Rücken gehandelt und ihn haltendlich ermordet. Ich halte mich an meine Worte. Letzte Nacht kam ein Krieg. Ja. 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 1, 2, 3, 4, so. Vielen Dank. Hello? Hello? Oh. Ah, der Typ ist schon geleftet. Ach, ich hätte nicht Hello sagen dürfen. Ich dachte, das wäre der Typ. Ich habe nicht gesehen, dass der andere geleftet ist, weil er nach Tod war. Naja, egal. Eine Runde spiele ich jetzt noch. Ja, ich schaffe auch mal GG. Die Runde spiele ich jetzt noch mit ihm. Und dann muss ich aber auch zusammenschneiden, schneiden, bearbeiten, ja zusammenschneiden, oder scheinmal schneiden, oder zusammenschneiden, bearbeiten, hochladen, rendern, alles drum und dran. Das dauert auch ein bisschen, das ist jetzt, ich kann mal gucken, 2.11 Uhr, wenn ich das alles gemacht habe. Mit dem Hochladen ist es vielleicht 4 Uhr. Und dann lege ich mich schlafen, irgendwann um 4 Uhr. Auf jeden Fall, deswegen, die Runde noch, und dann muss ich, ja, die würde es sagen, wie ich das sagen. Me to earn, ja, auf jeden Fall fand ich das schon nice mit dem Tütenzustand. Ja, ich hatte ihn glaube ich sogar mit dem Tütenzustand, aber ich kann auch mit dem Tüten Ich mache es so gut, so. Ich mache es so gut, so. Ich mache es immer gut. Ich mache es immer gut. Nice. Ähm, ja. Ich hatte ihn glaube ich sogar mit dem Tütenzustand. Wenn ich nicht vorher Hello gesagt hätte und so. Ich dachte halt, das wäre der Typ als ich gesehen habe. Es waren kein schwarzer Typ, aber natürlich auch sofort drauf geschaffen. Wahrscheinlich wollte ich auch mal sagen, dass er offline geht. Dann überlegen wir es jetzt im Nachhinein nach drüber, ja. Ich bin jetzt im Zielfernrohr mit dem Sniper-Visur oder halte auch nur das, was bewegt sich halt, wenn ihr da bei SHIFT gedrückt haltet. Bewegt sich, bekommt es halt nicht, allerdings bewegt sich dann wieder und ihr verliert auch welche Luft aus. Ihr haltet quasi die Luft an. Ja. Also mit dem will ich ja klar nicht gehen, aber mit so einem Sniper-Visur geht das. 16x, so ein 7x, so ein 8x sind. Wo bist du? Ich will den Enkelis anfangen zu rändern und alles drum und dran. Wo bist du? Komm, zeig dich. Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. So. Kommt zu Papa. 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 Ich lasse mal den Server, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben, bis dann das Ende, das bereich insgesamt einmal 45 Minuten oder so und einmal 30 Minuten, werde ich aber jetzt hochladen. Schaut doch bei FAILIP hier vorbei, Link findet ihr in der Videobeschreibung, ja und dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.